Hallo zusammen, wir sitzen hier beim Yamaha P515, ein neues Stage-Piano, der neu auch eine Holztastatur hat, um ein authentisches Bildgefühl zu haben. Dazu hat es viele Klänge, sehr druckvolle Boxen und ein absolut schönes Design. Am besten kommen wir mal vorbei, lass uns den Zellbetrieb testen zu uns. Merci vielmals, tschau zusammen. Am besten.